Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Super Mario Bros. 3 Wo ging das jetzt? Achja, Twomp Ups Naja, macht nix Twomp und ein Uh, oder wie heißen die? Geist Ich mag Geister nicht Da juckt wird Jut, gehts weiter Ich glaube, es müsste lauter tun Ohoho, kommt der Scheiß-Seite hin? Ich fahr durch den Boden durch Äh Na super, ups Ja, das mach ich nochmal neu Ich hab schon wieder nicht, ob du gekommst Scheiß Huh, das war aber knapp hier Scheiße Scheiße Noch unds Moment Ups Hab das gehört Hab das gehört Hab das gehört Die ist kacke Die ist kacke Und rein da Na super, ne? Na super, ne? Und fertig Geschafft nächstes Level, Leute! Ich glaube ich geh erstmal da zurück und zwar hier rein und hol mir so tolle Geschenke Mal gucken was heute da Tolles drin ist Stimme in der Mitte Was ist das denn? Keine Ahnung Oh gut Machen wir mal die 3 hier Machen wir mal sehen Uh, das sieht verhältnismäßig böse aus Okay De-de-dö-döens Töne-de-döens je war natürlich klar wir brauchen aber egal ach ja Leute ich freue mich dass Super Mario Bros 3 so gut ankommt bei euch hab ich nicht gedacht wenn das so weiter geht bin ich sehr zufrieden aber ich muss auch sagen Super Mario Bros ist bisher das Spiel was mir am meisten Spaß macht oh hehehe aber ok boah ab da lacht jetzt hmmm aber seid nicht so hart zu mir hmmm ne wie kann ich den mal nehmen ne 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 Naja, das muss man mal machen. Aha. Ich komme hin da hoch. Jetzt will ich mal gucken. Aha, aha. Okay, wollen wir erstmal da hoch gehen. Ups. Oh. Fuck. Komm schon. Hm. Ist ja schon fast Kaizu-mäßig hier. Ich hasse es. Die Dingens hier, die Springnotenblöcke da, die sind noch nicht ganz so ausgereicht in diesem Spiel. Okay, weiter geht's. Mit dem eigentlichen Spiel. So. Nix hier. Oh. Shit. Nee, das muss ich noch mal machen. Das kann so nicht weitergehen. Tut mir leid. Ganz ehrlich. Aber das ist mir zu... Hm. Hm. Hallo. Ich bin doof, ey. Nee. Mann, Alter. So. Warten wir noch mal kurz, bis der da alles ausge... Regal. Warten wir nicht. Weiter geht's. Levels zu Ende. Ich hab mich so vorgenommen, in jedem Part zu fünf Level zu schaffen. Dass ich dieses Spiel hier in 18 Parts durch hab. Mit das haben wir schon. Passen wir auf. Aha. Aha. Das war... Traurig. Was haben wir denn da? Wollen wir mal gucken. Warum ist die Sonne so traurig? So... äh... Böse am gucken, weiß ich. Na super. Wie komm ich denn da... da vorbei? Oh, jetzt wird die Sonne aggressiv, oder was? Hm. Ich sollte echt mal... ...die Speicher zu machen, oder was? ...die Speicher-Taste mit... ...in meine Game Pad-Tasten mit reinpacken. Oh. Diese Sonne erinnert mich jetzt an diese... ...Phantom-Typen da. Aus... ...Hippa Mario Post 2. Nee. Du musst es niemals schaffen. Niemals. Mich nicht. Gut. Hm, hier rein. Hm, 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 hm. Die Mitte ist immer gut. Ich weiß nicht. Sie sind schon wieder gestorben, aber das geht nicht. ja ist gut so rollen wir mal ich will mal was austesten nicht mit mir mein Freund nicht mit mir dann wollen wir mal was die Künftung den Köln ich kenne den zumindest ich mag und Super Mario 64 ist mir egal was du drin hast mein Freund ich will gar nichts mit dir zu tun haben ich bin voll unsympathisch böse Pac-Man Kugel hier brauchen wir doch mal sehen ich bin es ist so und ich schule zu Ende das geht ja ruckzuck hier hat es knacken um ich bin ich bin nicht um es muss die das war so leute ich bin zurück sie wurde gerade kurz unterbrochen wollen wir mal weitermachen mal sehen ob es jetzt was wird oh oh man dann oh wollen wir mal ein ach so ich hasse Türen ich dachte sie hätten es verbessert eben im olden Spiel wollen wir mal sehen ich kenne hier alles doch gar nicht diese Musik völlig unbekanntes mir ö ö ö mir leid Leute ich weiß nicht was manchmal mit mir los ist zum Beispiel sowas ja es wäre doch nicht nötig gewesen auch gut anscheinend doch wo mehrere mögliche Wege späuchern wir mal hier wo wo das ist auf jeden Fall der Faturi kann ich gehen auch nicht ich Mensch das ist ja voll gegen die Grundregel von Super Mario hier rechts laufen das finde ich aber nicht gut nee das finde ich gar nicht gut so wollen wir mal so meine Freunde was haben wir denn hier tolles so meine Freunde oh oh wo wo das ist ja iy o hier bin ich ok ja weh du fällst auf mich runter wow wow das find ich aber nicht gut find ich gar nicht gut so nix aber ich sollte trotzdem mal speichern ich glaub ich höre vielleicht mal auf aufzunehmen Freunde ist ja schon eigentlich ist ja aufgenommen worden jetzt in diesem Part dann seht wir im nächsten Part das Schloss bis dahin tschüss Leute und sieht sich tschüss